Was glaubt ihr, welches Lied jetzt kommt? Wer kennt die Geschichte und wer kann sie kurz erzählen? Was ist denn los, ey? Ich möchte jemanden, der das erzählt. Was ist denn los? Keiner? Keiner? Nein. Also, diese Rose hier ist eine Schmeichel-Rose, eine Blani-Rose. Und zwar, die habe ich von einem enttäuschten Liebhaber. Gibt es hier noch irgendwelche enttäuschten Liebhaber? Das dachte ich mir. Also, ihr kennt es, ihr kennt es ja. Jemand ist verlachbar von einer Frau, sie hat ihn geschmeichelt, sie hat all sein Geld weggenommen, mit all sein... ...Hab und Gut. Er hat sich davon gemacht, er hat ihm nur noch gesagt, sie gehört jetzt dahin, wo die Blani-Roses wachsen und der Typ sucht ein Wiederheim, wo die Blani-Roses wachsen. Ja, der Robert wird jetzt diese Rose verteilen. Ja, ja. Ich verstehe, das ist ein Öl-Scheck gleich. Ach, darf er eigentlich verteilen? Also, ähm, also, alle enttäuschten Liebhaber sind jetzt aufgefordert, um kräftig mit einzustimmen. Ich bin natürlich auch für die enttäuschten Liebhaberinnen und die Liebhaber, die es dann werden, bei den Frauen zu beheißen. Ja, nein, 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 nicht klatschen! Singen! Ich helfe euch. Also, klatschen kann man schon weitermachen. Ihr dürft euch nicht nur unsichern lassen. Ja, 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 ja. Also, klatschen kann man schon weitermachen. Ja, ja, ja. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020